Als Abraham Lincoln am 6. November 1860 als erster Kandidat der Republikanischen Partei gewählt wurde, die es sich zum Ziel gesetzt hatte, die Sklaverei abzuschaffen, war dies so, als wenn nach der ersten Amtszeit Ronald Reagans 1984 ein Kommunist zum US-Präsidenten gewählt worden wäre. Allerdings war die Reaktion der Sklavenstaaten sehr unterschiedlich. Um diese Reaktion zu verstehen, hier eine kleine Übersicht über die Sklavenstaaten. Im tiefen Süden, der entschlossen für die Sklaverei eintrat, lebt nur ein Viertel der Bevölkerung der Sklavenstaaten, dafür aber mehr als die Hälfte der 4 Millionen Sklaven. Der Anteil der Sklaven an der Gesamtbevölkerung betrug in der Regel um 50% im tiefen Süden. Hier war der Schock der Wahl Abraham Lincolns am grössten und diese Staaten waren auch die ersten, welche mit Sezession antworteten. South Carolina mit 57% Sklavenanteil, dem grössten, machte den Anfang, die anderen folgten rasch. Texas und Florida, wo die Bevölkerungsdichte sehr gering war, hatten zwar einen tieferen Sklavenanteil, waren jedoch stark mit den Staaten des Südens verflochten, sodass sie ebenfalls austraten. Texas war schon einmal unabhängig gewesen, allerdings folgte es bereits kurz Zeit später. In den Staaten des nördlichen Südens waren die Unterschiede grösser. Sowohl Arkansas, Tennessee, North Carolina und Virginia hatten Regionen, in welche keine Sklavenhaltung praktiziert wurde. Somit war der Sklavenanteil regional bei 30-40%, im Schnitt jedoch zwischen einem Viertel und einem Drittel. Der Nordwestner Kansas und der Westen North Carolinas stimmten gegen die Sezession, wurden jedoch überstimmt. Ost-Tennessee wollte sich abspalten, wurde jedoch von der Südstaatenarmee besetzt. West-Virginia hingegen konnte sich erfolgreich abspalten. Einig waren sich diese vier Staaten darin, dass sie sich nicht abspalten wollten. Allerdings waren sie auch gegen den Einsatz von militärischer Gewalt gegen die übrigen Südstaaten. Als diese jedoch nach der Belagerung von Fort Sumter und Lincolns freiwilligen Ruf Realität wurde, spalteten sich diese Staaten dennoch ab. Die Unterstützung war in Virginia zweifellos am stärksten. Die restlichen, die eigentlichen Grenzstaaten Missouri, Kentucky, Maryland und Delaware grenzten grossflächig an Nicht-Sklavenstaaten an. In Kentucky betrug der Sklavenanteil 20%, in Missouri 10%, in Maryland 13% und in Delaware lediglich 1,6%. Kentucky, Missouri und Maryland erklärten ihre Neutralität und wollten keine Truppen gegen den Süden mobilisieren. Delaware, obwohl er dem Süden zugeneigt, blieb der Union treu. Nach Aufhebung der Neutralität schlossen sich die Staaten Missouri, Kentucky und Maryland gegen den Willen einer prosüdlichen Minderheit der Union an. Eineinhalb Monate nach der Wahl Abraham Lincolns spaltete sich South Carolina am 20. Dezember 1861 von der USA ab. Nach den Weihnachtsfeiertagen folgten ab dem 9. Januar 1861 nacheinander Mississippi, Florida und Alabama. Am 19. Januar folgte Georgia, am 26. Januar Louisiana und schliesslich am 1. Februar Texas. Texas liess den Sezessionsbeschluss durch eine Volksabstimmung am 23. Februar 1861 ratifizieren. 75,8% stimmten dafür. Zwischenzeitlich gründeten die anderen sechs Sezessionsstaaten am 4. Februar 1861 die Konföderierten Staaten von Amerika oder auf Englisch Konföderate States of America, CSA. Montgomery in Alabama wurde zur provisorischen Hauptstadt und Jefferson Davis zum Präsidenten bestimmt. Dies ist das bisher einzige Mal in der US-Geschichte, dass zwei Präsidenten gleichzeitig über das Land regierten. Erste inoffizielle Staatsflagge wurde die Bonnie Blue Flag und erste inoffizielle Nationalhymne das gleichnamige Lied. Am 2. Dezember 1861 trat Texas der Konföderation bei und die Konföderation begann Stützpunkte und Lager der US-Armee zu übernehmen. Fünf Stützpunkte jedoch verweigerten die Übergabe. Das waren das Fort Pickens an der Einfahrt zu Pensacola, Florida, Fort Sumter an der Einfahrt zu Charleston in South Carolina, dann auf den Florida Keys, die Forts Jefferson und Zachary Taylor, sowie in Virginia, das sich schon bald auch der Konföderation anschliessen sollte, das Fort Monroe, das die Einfahrt zu den Häfen von Hampton, Norfolk und Portsmouth sowie den James River überwachte. Mit Ausnahme von Fort Sumter blieben alle vor dem ganzen Sezessionskrieg unter Kontrolle der US-Streitkräfte. Die Konföderierten forderten jedoch nun ultimativ die Übergabe Fort Sumters und waren auch bereit, für den Besitz des Forts zu zahlen. Präsident Lincoln, der die Konföderation nicht anerkannte, war jedoch nicht bereit, die Unterhändler zu empfangen und befahl, dass Fort Sumter vom Meer her mit Nachschub versorgt und gehalten werden sollte. Präsident Davis befahl nun General Pierre-Gustave Duton-Beauregard, das Fort Sumter mit Gewalt zur Übergabe zu zwingen, bevor der Nachschub der Union eintreffen sollte. Nachdem Verhandlungen gescheitert waren, begann die Küstenartillerie von Charleston am 12. April 1861 um 4.30 Uhr morgens das Bombardement von Fort Sumter und begann somit den amerikanischen Bürgerkrieg, den Sezessionskrieg. Wegen des Beschusses gelang es der US Navy nicht, Fort Sumter zu versorgen. Am 14. April 1861 um 14.30 Uhr wurde das Fonds an die Konföderierten übergeben. Es gab keine Todesopfer während des Beschusses, allerdings starben zwei US-Soldaten aufgrund einer Munitionsexplosion während den Salutschüssen anlässlich der Übergabe. Die Besatzung des Vorkehrte auf den Schiffen des vor der Küste kreuzenden Nachschubgeschwaders in den Norden zurück. Mit dem Beschuss von Fort Sumter waren die Würfel gefallen. Am 15. April 1861 berief US-Präsident Lincoln 75.000 Freiwillige zu den Waffen, um die Rebellion der Südstaaten niederzuschlagen. Die Sklavenstaaten, die sich bisher gegen eine Sitzion ausgesprochen hatten, änderten nun ihre bisherige Haltung mehr oder weniger stark, da sie nicht bereit waren, gegen die Konföderation in den Krieg zu ziehen. Virginia hatte schon den Sieg von Fort Sumter euphorisch gefeiert und erklärte bereits am 17. April 1861 seine Sezession. Die Sezession von Virginia war von entscheidender Bedeutung. Mit dem Anschluss Virginias an die Rebellen nahm deren Bevölkerung um 41% zu und das Industrievermögen verdoppelte sich fast. Zweitens, die Rebellen erhielten Kontrolle über die Tredegar Eisenhütte in Richmond, die einzige Fabrik des Südens, die schwere Artillerie herstellen konnte. Drittens, bereits am 18. April 1861 stürmten Miliztruppen Virginias eine der zwei Waffenfabriken der Union in Harpers Ferry, die andere befand sich in Springfield, Massachusetts. Die Truppen der Union setzten die Fabrik vor ihrem Abzug in Brand, doch gelang es den Truppen Virginias, die meisten Maschinen nach Richmond zu evakuieren, und diese schon bald Gewehre für die Konföderation produzierte. Viertens, die bedeutendste Marinewerft Gosport in Portsmouth fiel ebenfalls in die Hände der abtrünnigen Virginia. Sie erbeuteten fast 1200 Geschütze. Die vom Werftkommandanten befohlene Versenkung des mächtigen Dampfkreuzers USS Merrimack misslang. Der Rumpf blieb intakt und konnte von den Konföderierten für ihr erstes Panzerschiff, die CSS Virginia, verwendet werden. Fünftens, obwohl die Ratifikation der Sezession Virginias erst für den 23. Mai vorgesehen war, wie auch schon bei Texas, wieder durch ein Referendum, eine Volksabstimmung, schloss Virginia bereits im April ein Militärbündnis mit der Konföderation und bot an, Richmond zur neuen Hauptstadt der Konföderation zu machen. Sechstens, der Beitritt Virginias zur Konföderation diente Arkansas, Tennessee und North Carolina als Vorbild. Maryland erklärte am 29. April 1861 seine Neutralität. Siebtens, mit dem Anschluss Virginias an die Konföderation erhielt diese ausgezeichnete Offiziere, die den weiteren Verlauf des Bürgerkrieges prägen sollten. Robert L. Lee, Joseph Johnston, Stonewall Jackson und Jeb Stuart Robert Edward Lee lehnte das Angebot, den Oberbefehl über die Unionsarmee zu übernehmen, ab, da er seinem Heimatstaat Virginia treu bleiben wollte. Er trat aus der US-Armee aus, um die Streitkräfte von Virginia zu befehligen. Lee führte die Army of Northern Virginia ab 1862 unter anderem in die Schlacht von Gettysburg und letztendlich in die Kapitation bei Apomettox, nachdem er sich drei Jahre lang gegen überlegene Streitkräfte verteidigt hatte. Joseph A. Johnson führte zusammen mit Beauregard die konföderierte Armee in ihren ersten Sieg bei Bullrun und war Kommandeur der Army of North Virginia, bevor er im Sommer 1862 verwundet wurde und das Kommando an Lee abgab. In Folge führte Johnston den Oberbefehl über die Armee im Westen bis zur Kapitulation im April 1865. Thomas J. Jackson kommandierte Truppen im Shenandoah Valley. 1861 erhielten er und seine Brigade den Spitznamen Stonewell in der Schlacht von Bullrun. Nachher war er bis zu seinem Tod in der Schlacht von Chancellor Will 1863 Korpskommandeur und rechter Hand von Lee. Jeb Stuart war erfolgreicher Führer der Kavaleriebrigade der Army of Northern Virginia und linke Hand Lee's bis zu seinem Tod 1864 in der Schlacht in der Wildernis. Das Staatsmotto von Virginia, Sig Semper Tyrannis, so ergeht es Tyrannen, erlangte tragische Bekanntheit. Genau vier Jahre nach der Kapitulation von Fort Sumter am 14. April 1865 schrie John Wilkes Booth von der Empore im Fort Theater diese Worte in die Menge, nachdem er zuvor einen tödlichen Schuss auf Abraham Lincoln abgefeuert hatte. Am 4. Dezember 1861 hatte der Deutsch-Amerikaner Nicolas Marshall die erste Flagge der Konfederation die Stars und Bars, also Sterne und Balken, kreiert. Die sieben Sterne der Flagge standen für die sieben Staaten der Konfederation. Im Mai 1861 bekannten auch die übrigen Sklavenstaaten Farbe. Am 6. Mai erklärte Kansas die Sezession, nachdem es bereits schon vorher US-Stützpunkte übernommen und der Konfederation Durchmarschrechte gewährt hatte. Am 7. Mai beschloss Tennessee die Frage nach der Sezession eine Volksabstimmung zu stellen und schloss ein Militärbündnis mit der Konfederation, was de facto einer Sezessionserklärung gleichkam. Am 18. Mai trat er Kansas der Konfederation bei und am 20. Mai erklärte North Carolina seine Sezession. Am nächsten Tag trat es der Konfederation bei. Gleichzeitig erklärten Kentucky und Missouri, wie bereits zuvor, Maryland ihre Neutralität, das heisst sie wollten in der Union bleiben, sich jedoch aus Kampfhandlungen raushalten. Am 21. Mai wurde die Flagge der Konfederation um zwei Sterne für Virginia und Arkansas ergänzt. Am 23. Mai stimmten schliesslich 80% der Bevölkerung Virginias für die Sezession und bestätigten somit nachträglich den bereits vollzogenen Anschluss an die Konfederation. Virginia war offiziell bereits schon am 7. Mai der Konfederation beigetreten. Am 29. Mai wurde Richmond neuer Hauptstadt der Konfederation und löste Montgomery ab. Die Abstimmung in Tennessee brachte am 8. Juni schliesslich mit 69% Stimmen den Staat definitiv ins konfederierte Lager. Der Osten des Landes hatte vehement gegen die Sezession gestimmt und wollte sich nun von Tennessee ablösen. Truppen der Konfederierten besetzten daraufhin das Unionstreue Gebiet. Die Abspaltung von West Virginia war hingegen von Erfolg gekrönt. US-Truppen kamen ab Mai, Juni den Unionstreuen in West Virginia zu Hilfe. Im Mai hatten Unionstruppen bereits schon Maryland besetzt, dessen Neutralität aufgehoben und den Zugang zur US-Hauptstadt wiederhergestellt worden war. Delaware erklärte als einziger Sklavenstaat seine vorbehaltlose Treue zur Union. Die Abspaltung von West Virginia war hingegen von Erfolg gekrönt. Im Juli 1861 begannen sich die Kriegshandlungen zwischen Union und Konfederation zu intensivieren. US-Truppen besetzten grosse Teile Missouris und drängten die Truppen des pro-konfederierten Gouverneurs zurück. Im August gelang es diesem jedoch, mit Unterstützung der konfederierten Armee, den Südwesten Missouris zurückzuerobern. Am 2. Juli 1861 erklärte Tennessee seinen Beitritt zur Konfederation und die Flagge der Konfederierten wurde abermals um 2 auf 11 Sterne ergänzt für Tennessee und North Carolina. Am 12. Juli schloss die Konfederation einen Beistandspakt mit First Nation Stämmen im Territorium des heutigen Oklahoma. Im gleichen Monat begann eine Offensive ins New Mexico Territorium, das sich am 1. August als Arizona Territorium organisierte. Im September marschierten konfederierte Truppen in Kentucky ein. Kentucky hob seine Neutralität daraufhin auf und schloss sich der Union an, die nun ihrerseits Truppen nach Kentucky entsendete. Nachdem die Union in Missouri eine unionstreue Regierung eingesetzt hatte, erklärte die pro-konfederierte Regierung am 31. Oktober ihre Sezession und, nachdem sie bereits aus Missouri vertrieben worden war, als Exileregierung am 28. November ihren Anschluss an die Konfederation. In Kentucky errichteten die Konfederierten in den von ihnen kontrollierten Gebieten eine pro-konfederierte Regierung, die am 20. November den Austritt Kentuckys und am 10. Dezember den Beitritt zur Konfederation erklärten. Die Flagge der Konfederation wurde ein letztes Mal um 2 Sterne für die beiden neuen Staaten ergänzt und erhielt mit 13 Sternen vorläufig ihre definitive Form. Die Konfederation beanspruchte letztendlich neben den 11 offiziellen Konfederationsstaaten auch Missouri und Kentucky, obwohl sie diese Gebiete nur teil- und zeitweise kontrollierten. Wahlen wurden in der Regel von den Soldaten abgehalten, die aus diesen Staaten stammten. Das abtrünnige West Virginia wurde weiterhin als Gebiet Virginias betrachtet, auch wenn es 1863 als eigener Staat in die Union aufgenommen worden war. Als Territorien beanspruchten die Konfederierten das gesamte First Nation Territory, wobei sie nur den Süden kontrollierten. Das Arizona Territory wurde am 14. Februar 1862 in die Konfederation aufgenommen. Die Konfederation erhob weiter Anspruch auf das restliche New Mexico Territory, weil es allerdings noch unorganisiert und nur der Osten zeitweise unter konfederierter Kontrolle war. Auf Maryland und Delaware erhoben die Konfederierten keinen Anspruch, da sich diese Staaten offiziell gegen eine Sezession ausgesprochen hatten. Es folgt ein abschliessender Vergleich der beiden Kriegsparteien. Alle der in der Union verbliebenen Sklavenstaaten sandten Truppen zur Unterstützung des Südens. In der Regel bis zu 40% der wehrpflichtigen Bevölkerung, im Total 75.000 waren. Auch wenn die Mehrheit ihrer wehrpflichtigen für die Union kämpfte. Umgekehrt dienten Truppen aus allen Südstaaten mit Ausnahme von South Carolina in Einheiten der Union. Der Anteil dieser Südunionisten betrug in den Staaten des tiefen Südens nur rund 2,5% der wehrpflichtigen. In den Staaten des oberen Südens betrug er bereits jedoch 25%. Und in den Grenzstaaten Missouri, Kentucky, Delaware und Maryland und West Virginia rund 60% der wehrpflichtigen. 21,8 Millionen Einwohner in den Unionsstaaten inklusive der Sklavenstaaten Maryland, Delaware, West Virginia, Kentucky und Missouri sowie den US-Territorien bildeten den Norden. Mit insgesamt 2,2 Millionen Soldaten. Diesem standen 5,6 Millionen Einwohner in den Konfederationsstaaten inklusive der Territorien First Nation und Arizona mit insgesamt 900.000 Soldaten gegenüber. Die Bevölkerung des Südens betrug weniger als ein Viertel des Nordens und die Armee war nur in etwa halb so stark. Zudem war der Süden, der kaum organisiert war, auf Waffenlieferungen aus Europa angewiesen. Durch eine Blockade der US-Flotte liegt die Kriegsführung im Verlauf des Krieges zunehmend unter Nachschubproblemen. Revolutionäre Erfindungen wie beispielsweise das bereits schon erwähnte Panzerschiff Virginia konnten die Blockade nicht aufheben. Noch ein Wort zur Herkunft der Soldaten. Die Bevölkerung der Sklavenstaaten stand zu 8,3 Millionen aus Freien und zu 4 Millionen aus Sklaven. 2,7 Millionen bewohnten die Südkonfederation, die zuerst aus der Union ausgetreten war. 2,9 Millionen den Norden der Konföderation, die nach der Schlacht von Fort Sumter der Konföderation beigetreten waren. 2 Millionen wohnten in den Staaten West Virginia, Kentucky und Missouri und 700.000 in Maryland und Delaware. Die Südkonfederation unterstützte die Konföderiertenarmee mit 450.000 Mann und die Nordkonföderation mit 375.000 Mann. Aus West Virginia, Kentucky, Missouri, Maryland und Delaware kamen insgesamt 75.000 Mann in den Süden, um in der Konföderiertenarmee zu dienen. Aus den Sklavenstaaten kämpfen insgesamt 250.000 Mann für den Norden, für die Union und zwar sowohl aus dem südlichen Teil in geringerem Umfang, in größerem Umfang aus dem nördlichen Teil und zur Mehrheit aus den Staaten Maryland, Delaware, West Virginia, Kentucky und Missouri.